Wir werden es ja sehen. Okay, wenn bis jetzt kein Kampf angefangen hat, wird auch keiner mehr kommen. So, der Ball muss hier runter. Aber zunächst einmal will ich mich natürlich umsehen. Abtauchen, bitte. Keine Wollgrimm-Münze? Nein. What do we have here? Einfach nur ein Haufen Geld? Na gut. Oder ist was hier ins Wasser gefallen? Sieht nicht so aus. Okay, eine Münze mit einem Haufen Schotter. Eine Münze? Eine Kiste? Eine Kiste mit einem Haufen Schotter. Wie komme ich hier raus? Hier? Ähm. Ah. Yes, I know. Lololololololololol. So wollte ich das gar nicht. So. Hey. Hör. Ähm. Könntest du bitte springen wie... Was zur Hölle? Was zur Hölle, Tod? Nochmal. Und diesmal springst du, wenn ich es sage. Jetzt. Genau so. Genau so. Jetzt. Genau so. Wunderbar. Siehst du, wie das mit ein bisschen Teamwork funktionieren kann? Runter damit. Oh, sogar fast richtig. Bevor ich das aber mache. Bevor ich das mache, will ich aber erstmal... Oh, wir müssen uns noch einen Ball holen. Verstehe. Ich will aber trotzdem erstmal hier alles kaputt machen und alles einsammeln. So. Ich kann da nicht einfach so hinspringen. Doch, kann ich. Screw the system. Die Verlieskarte. Okay. So, damit habe ich die Münze. Ich brauche diese komischen Donnerblumen. Jetzt komme ich nicht an das Bällchen. Da ist noch eine Kiste. Haben wir damit quasi ein Set? Das sieht alles so zusammenpassend aus. Vielleicht da oben. Ja. Ich will lieber so werfen. Äh, werfen? Äh, werfen? Ähm. Okay, wieso hat er die nicht vorher geworfen? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Naja, egal. Es gibt also noch etwas, was wir kaputt machen müssen. Ich verstehe. Hi Asche. Nur, was hat das jetzt gebracht? Oh. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ähm. Oh, da habe ich eine Idee. Los. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Asche findet nichts. Ich glaube, ich muss da irgendwie hoch. Ich habe da oben irgendwas kaputt gemacht. Die Frage ist nur, was? 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 Ich glaube, es ist ein Schalter. Ich schätze mal nicht, dass ich ihn mit der Waffe aktivieren kann. Ne. Ich muss da irgendwie rüber. Beziehungsweise ich muss da irgendwie hoch. Nope. Das wird nicht funktionieren. Asche, was siehst du? Zeig mir den Weg. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber... Warte mal, wenn wir den hier reinstecken. Was ist, wenn wir den Ball hier reinschieben? Sonst nichts. Da oben war auch nichts mehr. Ja. Wie soll ich denn bitte an den Schalter rankommen? Es wird Zeit, dass du etwas findest. Er setzt sich da drüben hin. Wieso? Wieso setzt er sich da drüben hin? Da war doch nichts mehr. Da drüben ist doch nichts, Asche. Ich bin da drüben. Yo, Asche, what the fuck? Du bist echt ein sehr schlechter Fremdenführer. Was mit dem Ball hätte eigentlich klar sein können, dass es keinen Unterschied macht. Weil wir hätten den auch nicht da wieder rausholen können, irgendwie. Aber naja... So habe ich auf jeden Fall die Gewissheit, dass ich nichts falsch gemacht habe. Diese Aufhängungen da sehen aus, als könnte ich damit was machen, aber... Und da ist eine Druckplatte. Aber ich komme da nicht hoch. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Oh, I got an idea. I got an idea. I got a frickin' idea. I got an idea. Okay, was ich mit dem Schalter da hinten machen soll, weiß ich immer noch nicht. Ob der mir in irgendeiner Art und Weise nützen wird, ich habe keine Ahnung. So. Irgendwas zum Klettern, irgendwas zum Sammeln Negativ, negativ Oh Ach All der Stress wegen des Schalters Für absolut gar nichts Hübsch Und wir hätten das Ding sogar weggekriegt Ohne Spielereien Ich glaub's nicht, ey Wo mich das wohl hinbringt Wahrscheinlich an den Anfang des Dungeons, oder? Will ich es ausprobieren? Ehrlich gesagt nicht Ich hätte vielleicht da runter gehen sollen Bevor ich's flute Wegen Items Ach, kommt Nö, ich werd noch nicht mal weggespült Nur so ein bisschen Da kann ich doch gucken Wegen Items Aha Ällllllll Hier ist meine Haltestelle Nimm mit Okay Okay, hier will ich, glaub ich, nicht runter Hier muss ich raus Na wunderbar Hä Hey, bist du einer der Könige, die ich töten muss? Hoffenbar nicht Ich muss sagen Das Set Hat durchaus Stil, was wir bisher haben Auch mit der Waffe Auch mit der Waffe Also RP-mäßig Wunderbar Bitte was? Bin ich Bin ich jetzt tatsächlich den Weg zurückgelaufen? Bin ich gerade Tatsächlich geistesabwesend den Weg zurückgelaufen? Ach so Weil es keinen anderen Weg gibt Oh, okay Dann können wir doch hier zurück Wir haben hier alles Oh Gott Bin ich auf der Spur Oh, okay 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 Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, es gibt ja ein paar Möglichkeiten, wie ich hier wieder rauskomme. Und hier ist für mich eine Station. Oh, let me guess. Aha, und unser Ziel ist es, unser Ziel ist es natürlich, alles zu fluten. Wie ich schon gesagt habe. Huh, huh. Da lang komme ich also auch. Und ich, und da ich die Kiste natürlich haben will. Ein, äh, Hammer. Gesundheit bei kritischen Treffern kriege ich wieder. Okay, da macht unser Set, glaube ich, so ein kleines bisschen kaputt. Ja, so ein bisschen. Die Axt hatte ein schöneres Design. Naja. Ich, ja. Huh. Ich brauche mehr Zorn. Nicht genug Zorn. Ich brauche mehr 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 Zorn. Okay, das war Das war Exceptional easy Okay, jetzt sind wir wieder voll an Heiltrinken, glaube ich Ja Warte mal, es gibt hier ne Kiste? Wo? Ach da Ach da Eine Keule Nimm mit Vendor freut sich so Ah Ähm Oh, I see Ich weiß, was wir machen müssen Aber Ehrlich gesagt, das machen wir im nächsten Part Denn die zwei Folgen Aufnahme Session ist vorbei Und äh Ja Ich sag dann mal bis zum nächsten Part Bis denn Baba Dieses schöne, schöne Set Eis